Radio SAW. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Heute James Morrison und Joss Stone und My Love Goes On. Heißt, meine Liebe geht weiter. Und wurde Klasse übersetzt von der Physiotherapie-Klasse 18.3 der Euro-Akademie in Halle. Die Geschichte erzählen euch Marta und Jan. Jetzt sag mir, warum du dich so verhältst. Du siehst so traurig aus. Und jetzt sag mir nicht, dass du aufgibst, wenn ich dich unterstütze. Du versteckst dich noch immer vor den Menschen, denen du nicht vergeben kannst für das, was sie gemacht haben. Du kannst es mit dir selber ausmachen, aber das ist keine Art zu leben. Ich weiß nicht, ob der Frau etwas Schlimmes passiert ist oder ob diese Menschen nur Ex-Freunde sind, die sie seelisch verletzt haben. Es ist leicht zu glauben, was dir gesagt wurde, aber es kam nicht von Herzen. In dieser eiskalten Welt würde selbst die Hölle zufrieren. Lehn dich zurück und entspann deine müden Füße, denn du bist hier bei mir. Ich werde dich in meinen Armen halten und ich werde dich von deinen Gedanken befreien. Sie hat wohl in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht. Jetzt hat sie einen Mann, der sie wirklich liebt. Hab keine Angst, denn es gibt keine Zweifel. Wenn du dich schlecht fühlst, werde ich dich aufbauen. Ich werde dein Herz zauberieren und deine Wunden heilen. Ich werde das tun, was kein anderer je zuvor für dich geschafft hat. Ich habe es dir einmal gesagt, ich habe es dir zweimal gesagt, ich werde es dir auch tausendmal sagen. So wie die Flüsse fließen und die Sonne brennt. Na, was wird er ihr sagen? Ich werde dich immer lieben. Auch wenn sich alles verändert, werde ich immer noch da sein. Ich werde dich immer lieben. Selbst wenn deine ganze Welt auseinanderbricht, bin ich der Einzige, auf den du zählen kannst. Ich werde dich immer lieben. Klasse übersetzt von der Physiotherapie Klasse 18-3, der Euroakademie in Halle. Könnt ihr euch jederzeit in unserer Mediathek im Internet anhören. Auf radio-saw.de Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Nur hier auf radio-saw. Klasse übersetzt. Klasse übersetzt. Klasse übersetzt. Klasse übersetzt. Klasse übersetzt. Klasse übersetzt.